Eeeh, zeig mal lieber Leib, ich hab eine 500GB festplatte als was willst du? Hahaha, egal, ich hab bei meinem Computer hab ich 500GB Herzlich willkommen zu einem Infovideo auf Hylentseek Diesmal spiele ich mit dem, ähm, Fire Yay Er wird heute ein wenig mitdiskutieren Wir haben, äh, hier dieses neue Projekt vorgestellt Ähm, das werde ich mal kurz beenden Ja, kann Taser, muss ich kurz beenden Ja, cool, ein Video, Spoiler, Spoiler Äh, komm Ach komm, ah, jetzt, jetzt geht's weiter Und... Au, meine... Und, ich werde, ähm, hier ein paar Themen ansprechen Also, vielleicht neue Themen und neue Projekte Ähm... Schnupfen Yeah, yeah Oder, also... Schreib ich auf jeden Fall Yeah, 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 es geht los Und, äh, ich bin ein Buchsschaf, also... Ohhhh... Und, fährst darfst du bitte? Ich bin auch Buchsschaf Wo bist du? Wo bist du? Stehst du grad auf der Schiene? Ich häng hier grad... Ähm, ich hüpfe hier grad wie so'ne Banane Hüpf mal! Äh... Hüpf mal! Ich hüpfe! Aber, okay, bist du... Bist du... Bist du? Hi, bin ich... Okay, hi! Wohin? Los, renn wir irgendwo hin! Komm mal mit! Komm mal mit! Dahinten... Da drinnen sind Bücher! Bist du? Renn einfach mit! Renn einfach mit! Ähm... Versteck dich irgendwo hier drinnen! Also, ihr habt mich versteckt! Was ist denn jetzt? Ah! Bist du? Oh Gott! Weißt du, wo ich bin? Ah! Nein! Ich muss mich grad irgendwo verstecken! Dass ich mein... Ich hab mich grade versteckt! Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt klappt, wo ich grade bin! Ich hab mich versteckt an der schlechten Stelle! Ey, einer ist über mich! Geil! Lol, der ist runtergefallen! Egal! Was ich hier ansprechen wollte, ist, dieses neue Projekt ist eigentlich ein wenig komisch! Da die Gegner ein wenig rumhacken... Mh! ...dann ich auch nen kleinen Ausschnitt machen! Mh! Ich will einen kleinen Ausschnitt machen! Dann mach das! Ähm... Ich hab' hier völlig vergessen! Ich dachte, ich kann jetzt betreten! Ähm... Werden wir jetzt noch ge... Ach so, wir werden noch geportet! Haha, ich bin da! Ich lebe noch! Ich glaub schon eine ganze Zeit rum! Wo bist du eigentlich? Sag mal, ich will dich nicht töten! Nein, halt, der geht nicht! Und skiljst du mich! Nein, ich kühl dich nicht! Haha, tot! Du bist jetzt selber gestorben! Null! 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 Das neue Projekt wird vielleicht auch gleich schon wieder zu Ende gehen! Warum? Weil wir uns sehr behandelt werden! Das finde ich nicht gut! Dann hätte ich eigentlich noch ne Idee, was wir machen könnten! Das wäre zum Beispiel Fiti Beast ähm...